Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass Du hierher gefunden hast und ich hoffe für Dich, dass Du auch noch mehr findest als dieses Eingangsvideo. Hier auf diesem Kanal wirst Du verschiedene Videos finden zu allen möglichen spirituellen Themen, aber natürlich auch zu Alltagsthemen, also Dinge, die Dich im ganz normalen Alltag berühren und beschäftigen. Mir ist es in meiner spirituellen Arbeit wichtig, dass das Sein mit dem Menschsein verschmilzt und Du also von Deiner Spiritualität auch in einem ganz normalen Leben etwas hast. Denn was nützt es Dir und uns, wenn wir nur im unpersönlichen Sein herumschweben, aber unsere täglichen Aufgaben nicht mehr hinbekommen? Da ist es doch wesentlich hilfreicher, dass die Freude einzieht ins System und dass wir unsere wahre Natur erkennen und dass wir dann mit diesem inneren Schatz losgehen und Frieden und Freude in die Welt bringen. Denn das ist unsere Aufgabe hier. Das ist auch Deine Aufgabe. Und dazu benötigt es ein paar kleine Schritte. Und die innere Heilung, die auch vonnöten ist, wird Dir auch berücksichtigt. Also glaube nicht, dass Du einfach Dir ein paar spirituellen Videos angucken kannst, so schön sie auch sind. Und dann geht alles von allein. So ist das nicht. Also solltest Du noch einiges aufzuarbeiten haben, empfehle ich Dir, das auch dringend zu tun. Und ich würde auch in einigen Videos Dich daran erinnern, wenn Du sie denn siehst. Du findest hier Gedankenübungen und Experimente. Du findest eine Übersicht über alle Videos, die ich gemacht habe. Es gibt Buchbesprechungen zu verschiedenen Titeln, die uns weiterhelfen können. Ich hoffe, Du findest Dich gut zurecht. Und vor allem hoffe ich, dass Du Dich gut aufgehoben fühlst hier. Denn das ist das Wichtigste. Wenn die Chemie nicht stimmt, kannst Du Dir alles Mögliche tausendmal angucken und anhören. Und es findet keine Resonanz statt. Die Ego-Schalen, die wir uns im Laufe der Jahrzehnte zugelegt haben, sind auch sehr dicht und sehr stark. Und es gibt eine immense Gegenwehr. Und Du wirst auch hier Abwehrspürung in Dir. Ein Widerstand gegen manche Worte, die gesagt werden, weil das Ego, das eingebildete, illusionäre Ich natürlich seine Gestalt behalten möchte. Da ist also eine Person, die guckt sich jetzt die Videos an und glaubt, dass es selber noch was damit anfangen kann. Dabei geht es gar nicht um das kleine Ich. Es geht um das eine Sein, das Du bist. Und in Wahrheit schaut sich das eine Sein Videos und Erinnerungen über sich selbst an. Denn Du liebes Sein, Du liebes Leben, wirst also an Dich selbst hier erinnert. Und die Figur, die dann noch sozusagen als Zwischenhändler steht, spielt im Grunde gar keine Rolle, aber für eine Zeit darf sie gerne eine Rolle spielen, denn wir brauchen sie als Eintrittstor, um verarbeiten zu können, was hier geschieht. Ich wünsche Dir viel Freude, viel Erkenntnis, viel Lebensglück und alles Liebe dieser Welt.